Also nach 10-15 Minuten mit einem fetten Wälzendrill und der kommt nicht hoch. Gute Krumm. Und dann bin der Eisangel. Die hat 0,8 bis 8 Gramm. Die sollte ich zum Mittag zu Hause sein. Jetzt kommt er. Oh, der ist schleimig. Da kommt er. Oh, geil. Hey, warst du? Ja. Scheiß die Wand an. Ist das geil. Ein Trümmer, ja. Kann man da hinten vielleicht um die Wandwasser? Ja, ziehen wir rüber, ja.